Sprechen wir ein wenig über SEO. Viele Menschen glauben, SEO wäre pure Magie. Aber das ist nicht der Fall. Betrachten Sie es einfach aus Ihrer eigenen Perspektive. Was tun Sie, wenn Sie versuchen, etwas im Internet zu finden? Sie suchen danach, oder? Und dann klicken Sie auf einen der Links auf der ersten Seite der Suchresultate. 90% der Suchmaschinennutzer verhalten sich genauso. Fragen Sie sich manchmal, wie die Webseiten es auf die erste Seite der Suchresultate geschafft haben? Das liegt daran, dass sie SEO-optimiert wurden. Wie Suchmaschinen genau funktionieren, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Doch die grundlegenden Prinzipien sind bekannt. Sie stützen sich auf zwei Schlüsselfaktoren. Keywords und Links. Konzentrieren wir uns zuerst auf die Keywords. Die Chancen Ihrer Webseite, ein gutes Ranking zu erhalten, erhöhen sich, wenn Ihre Internetseite dieselben Worte beinhaltet, nach denen gesucht wird. Dabei sind die Keywords besonders effektiv, wenn sie im Titel der Webseite, Ihrer Adresse oder in Überschriften vorkommen. Aber seien Sie vorsichtig. Qualität ist wichtiger als Quantität. Diese Grundregel sollten Sie unbedingt beachten. Manche selbsternannten SEO-Experten erschlagen die Suchmaschinen mit einer extrem hohen Keyword-Dichte, statt sich zuerst auf die Qualität Ihrer Inhalte zu konzentrieren. Was ist mit den Links? Webseiten, die auf Ihre eigene Webseite verlinken, zeigen den Suchmaschinen, dass sie gute Inhalte anbieten. Aber auch hier sollten Sie beachten, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Links von irrelevanten Seiten werden Ihr Ranking nicht verbessern. Was wir gerade besprochen haben, ist eine grundlegende Einführung in SEO. Tatsächlich ist es keine leichte Aufgabe und Sie werden sicher jemanden benötigen, der Ihnen dabei unter die Arme greift. Jemanden wie uns. Wir erstellen eine individuelle SEO-Strategie speziell für Ihre Firma. Wir identifizieren die besten Keywords, programmieren eine SEO-freundliche Webseite und finden die besten Verlinkungsstrategien. Und, was am wichtigsten ist, wir helfen Ihnen dabei, eine Möglichkeit zu finden, Ihren Besuchern hochqualitative Inhalte zu bieten, die gleichzeitig SEO-optimiert sind. Also, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns noch heute.